In diesem Video werden wir eine kurze Review von einer Cerveza, die ziemlich interessant ist. Es geht um die Cervezeria Brüwery, die mit R-U-E-R-Y. Die Cerveza se nennt Frucht oder Frucht. Ich weiß nicht, wie es sich pronuncia. Aber sie sind die Peppin, die es eine Föder-Aged Berlin-Style-Weed-Ale mit Cucumber. Die Föder sind diese große Barrik, in dem sie stehen, sind eine große Barrik. Ich denke, dass hier etwas von etwas von Barrikas hier sein könnte. Ich möchte, wenn es etwas in der Barrikke ist, dann auch der Pepino. Es ist sehr gut, die Kombination ist. Pepino mit Barrikke. Und die Basis ist eine Berlin-Style Whitt-Ale. Berlin-Style Whitt-Ale könnte man denken, dass es eine Berliner Weisse. Die Berliner Weisse ist wie eine Trigo-Cerveza. Die Berliner Weisse ist ein Koffer, der Norte, in Deutschland, Berlin. Aber für einen Grunde genommen haben sie Berlin-Style Whitt-Ale. Das ist vielleicht nicht zu beurteilen, die Berliner Weisse. Denn es ist eine Koffer-Cerveza sehr särkisch. Berlin-Style Whitt-Ale ist vielleicht etwas mehr genäres. Es ist eine Koffer-Cerveza mit 4,3 Grad. Das ist eine Koffer-Cerveza mit einer Koffer-Bretanomyces. Es ist eine Koffer-Cerveza mit einer Koffer-Bretanomyces und Lactobacillus. Die Koffer-Cerveza mit einer Koffer-Cerveza mit einer Koffer-Cerveza mit einer Koffer-Bretanomyces. Die Koffer-Cerveza mit einer Koffer-Cerveza mit einer Koffer-Cerveza mit einer Koffer-Bretanomyces. Die Koffer-Cerveza mit einer 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 Koffer- Berlin-Weight-Style, anhejada en barrikas de tipo Föders, de roble, que debería tener en Brett, y Lactoacidus. Ich werde es auf Tiro etwas resaltieren, um die Cerveza zu sehen, um es gut zu sehen. Wir sehen, dass die Spur nicht gut ist. Es gibt zwei Dinge, eine ist, dass es die Cerveza zu tun, die andere ist, dass die Cerveza zu tun, die nicht gut zu haben, aber ich bin sehr gut zu sehen. Ja, hier ist das erste, das ist das Pepino. Und etwas von der Fond da ist die Barrik. Es ist auch ein bisschen wie der Típico perfil von der Trigo, die sich vielleicht eher von der Levadur zu fühlen, obwohl es hier vielleicht eine Levadur neutre, für die Farbe, aber ich glaube, dass das Pfeil ist, hier ist das Pfeil. Und die Kombination ist, es sehr sehr, 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 sehr. Das ist auch nicht so, in der Cerveza. Es fühlt sich auch ein bisschen die Barrikas, aber es eine Kombination, vielleicht wird es nicht so, die meisten Leute interessieren. Ich gehe jetzt mit dem Sabor. Es fühlt sich so, diese Kombination, ich sehe die Kombination des Pepino mit der Barrikas, ein bisschen wie in der Madeira. Ich fühle mich so. Ja, es fühlt sich so, 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 wie in der Hässe, ich wahrscheinlich habe einen pH sehr hoch, wie in der Berliner Weissen. Es fühlt sich auch die Kombination mit dem Pepino, mit etwas von der Barrikas. Ich fühle mich auch die Farbe, das ist auch die Farbe, auch die Farbe, wie in der Runde. und das ist, vielleicht für mich das nicht so, es um die Farbeige Armoniös Warum zeiden Sie über die Farbeige zu essen. zwar nicht so, es zu versuchen, du tappa conhece, es zu erzählen. Es ist, dasselbe ist. Es ist das Radisch. Und das ist das Radisch. beim Pepino, dasselbeige ich einfach es sehr gut, Aber ich weiß nicht, wie gut die Möglichkeit hat. Man hat es vielleicht ein bisschen mehr Lenten. Ich weiß nicht, wie eine Ipa. Es ist eine Sauer-Sauer-Sauer. Sie hat eine sehr fröhliche Acide. Definitiv ist es eine Distinte Cerveza. Ich würde jemanden gerne probieren. 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 Die Erfahrung mit dem Pepino. Mit etwas von der Barrikas und dieser Acide. Das macht es sehr refreskant. Aber nicht so leicht zu nehmen. Es ist wie eine Ketelsau. Die Ketelsau von Frutas. Man kann sich die Ketelsau auszutzen. Aber diese nicht. Die Ketelsau ist vielleicht ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr zu nehmen. Ich glaube, dass sie sich nicht mehr mit der Ketelsau auszutzen. Vielleicht ein bisschen weniger Acide. Ein bisschen weniger Acide. Und ein bisschen weniger Pepino. Ich weiß nicht die Ketelsau auszutzen. 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 aber die meisten kaufen, die Tablin das in anderen Bl Burgos aber die meisten kaufen, die immer eher baraten. Und wenn sie in anderen Bl Burgos kaufen, wird sie vermutlich ein bisschen kärisch. Das ist eine der Zerbezzze, uns hier haben, viele experimentieren. Wenn die Zerbezze es auch schon, wenn es die Zerbezzeine oder die Zerbezzeine mit Pepin anheben, Bärblich und Sour, gezwungen in den Kommentaren. Darüber sehen wir uns dann in den nächsten Videos von RutaZerbezera.com mit einem nächsten Review, vielleicht auch mit einem anderen Tipp, ein anderes anderes, vielleicht interessantes, und das wir gerne probieren, auf Ruta Cervecera. Wir sehen uns im nächsten Video, auf www.rutacervecera.com